Hier ist die Mannschaftsaufstellung des Heimteams mit der Nr. 10, der Memme. Sie kommen! Und mit der Nr. 13,5, der Tom Giesel! Ja nein, diese Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. St. Gallen ist im Haus, der Basti Walz, Konzert und Festival Zampano. Einig verbunden mit dem FC St. Gallen und dem SC Bruel St. Gallen. Wie fest ist man da verbunden oder inwiefern sind die beiden Vereine miteinander verbunden? Mag man sich zwischen Bruel und dem FCSG? Die Mehrheit der St. Gallen, ja. Also sprich, da schlägt das Herz für beide Vereine. Es gibt allerdings ein Stadtteil, das in Bruel selber angesiedelt ist. Dort redet man also von der Stadt, wenn man vom FC St. Gallen redet. und die Hardcore-Brüeller könnten halt doch nur ein Herz haben, das für den SC Bruel schlägt. Und es gibt auch so interessante, wenn man merkt, man kommt auf Brueler Territorium, ist dann, wenn man von der Tochter in Mehrzahl redet, also Töchter. Meine Töchter heisst meine Tochter und wenn einer meine Töchter sagt, dann weiss man, das ist ein echter Brueler. Ist das der Signature-Move, das Bruel? Man redet von... Ja, quasi, ja. Das ist wirklich so. Also Brueler redet von den Töchtern. Die meinen aber nur ihre einzigen Tochter. Nur bei den Tochtern oder redet Brueler generell im Plural? Nein, nein, das ist nur bei den Tochtern. Also ab dann, da weisst du, wenn jetzt irgendeine Familie redest oder irgendeine so, und dann heisst es, ja meine Töchter, dann weisst du, okay, er hat eine Tochter, eine, und er ist ein Brueler. Und wenn er eine mehrere Töchter hat? Dann ist es auch eine Töchter natürlich. Tricky, tricky, tricky. Das ist ein Dialekt, der sich nur aufs Gebiet von Bruel... Samfiden-Neudorf-Achsel nennt sich das. Also umgehend um das Krontal, wobei, auf dem Krontal sagen darf, da werden dann auch wieder gewisse Brueler eher sauer, weil es heisst jetzt Paul-Gröninger-Stadion. Natürlich. Wie lange hast du, hast du schon eine Zeit jetzt? Uh, ich hätte jetzt gesagt, ja, etwas über zehn Jahre, plus minus. Du hast für beide Vereine Fussball gespielt? Jein. Ich habe selber beim FC Art Monten angefangen zu shooten, den Quartierverein, wo dann später den Anguilla Barnetta rausgebracht hat. Ich habe dann ein halbes Jahr probiert, beim FC St. Gallen Probetraining, das hat nicht so funktioniert gehabt. Aber das ist für mich das längste Probetraining, das ich jeden von gehört habe? Nein, so ein halbes Jahr lang bin ich dort immer so gegangen. Am Anfang wollten sie mich nicht, und dann habe ich dann bei einem I- und S-Test nach einem halben Jahr relativ gut abgeschlossen. Und dann waren sie dann interessiert und dann habe ich gefunden, wie ich bin, wenn ihr mich von Anfang an nicht wollen habt, dann müsst ihr mich jetzt auch nicht mehr wollen. Und mit dem falschen Stolz habe ich dann zu Bruel gewechselt und habe dort dann aber meine, wenn ich so darf sagen, glücklichste oder erfreulichste Zeit gehabt beim Fussballspiel. Wir müssen über beide reden, über den FC St. Gallen natürlich, über die SC Bruel. Aber kann man so sagen in diesem Fall, wärst du nicht so stolz gewesen, wärst du vor dem Barnetta schon der gewesen vom FC Rotmonte, wo es eine auswendig grosse Fussballwelt geschafft hat? Boah. Du kannst jetzt alles sagen? Ja, ja, ja. Du, ich weiss. Es kann dir niemals das Gegenteil beweisen? Ja. Nein, ich glaube es nicht. Weil ich hatte so eine Angewohnheit, mit dem Kopf immer noch etwas anders zu sein. Also in der Schule habe ich immer an Fussball gedacht. Und auf dem Fussballplatz in dem Alter, wo es so ein wenig darauf ankam ist, bin ich dann auch wieder irgendwie am französischen Verben konjugieren gewesen. Irgendwie so. Und das hat sich nicht so gut entwickelt gehabt. Dann bin ich lange auch so ein wenig zu lang und zu dünn gewesen. Und vieles, glaube ich, was ich gemacht habe, hat oft auch ein wenig gestabig ausgesehen auf dem Fussballfeld. Ja. Und da ist man vielleicht auch dadurch gewissermassen die grosse Karriere verwehrt bleiben. Und dann ist halt auch mein Arbeiten dann irgendwie zu kommen. Mit 16 als Konzerthelfer angefangen zu arbeiten. Und das war einfach in der Fussballwelt schwierig zu übertragen gewesen, wenn man dann eben irgendwelche Metal-Konzerte am Aufbauen war, und sie ist zwischendurch rasch trainieren und nachher wieder zum Abbau zurück. Oder dann wie Sport in die Nacht geschafft hat, an einem so Konzert, bevor wir dann am Sonntagmorgen wieder auf dem Platz standen. Das ist nicht so geschätzt worden. Vielleicht müssen wir das mal untersuchen. Vielleicht das Problem von vielen Stürmern, die unter Treffunsicherheit leiden. Es gibt ja so die Phasen im Leben eines Stürmer, wo man einfach nicht trifft, dass dann vielleicht einfach die falsche Werbe am Konjugieren ist, während man live den Goal zu nehmen. Das sagen dir ja alle, alle Stürmer sagen dir ja, du darfst überhaupt nichts denken. Das sei eigentlich das Erfolgsrezept. Sobald du irgendetwas denkst, egal ob das ist, ich muss den jetzt machen, oder ich muss jetzt mega locker bleiben, es ist einfach alles falsch. Einfach nichts denken reinhauen. Und dann muss man schon noch einigermassen Fussball spielen können. Also das gehört glaube ich nicht. Wobei... Es hat jetzt auch Stürmer gegeben, die jetzt nicht grosse Fussballer waren. Aber heutzutage müssen sie auf jeden Fall shooten können. Ja, aber vielleicht ist... Also etwas, wo ich selber ein wenig im Weg stand, wo ich zu Brühl gewechselt habe. In der Sommerpause habe ich mich dann angewidert beim Trainer der ersten Mannschaft. Also ich war ja A-Junior. So im Stil... Ich bin per Zufall, als die erste Mannschaft angefangen hat, das Training wieder aufzunehmen von der Saison. Ich habe es so getan, wenn ich per Zufall am Fussball spielen wäre, auf dem Nebenplatz. Und habe dann gesagt, ich bin jetzt gerade neu zum Verein gestossen und so. Und die haben natürlich Anfang der Saison das Team noch nicht komplett gesehen. Sommerferien und weiss das alles. Dann durften wir mittrainieren und tatsächlich auch zum ersten Freundschaftsspiel der Saison mitreisen nach Kreuzlingen. Und bei den dort tatsächlich sogar die Startformation waren. Wir waren glaube ich noch etwa 11 oder 12 Spieler, die dort gerade zugegen waren. Und habe dann in der 5. Minute gefunden, ich schiesse jetzt. Statt, dass ich Rolf Oetli, grosser Fussballer immerhin, 1977 in der Startformation war vom FC St. Gallen im Coup-Finale gegen Bern, IB. Ein paar Jahre später ist das gewesen, sechs Jahre später, ich mit dem grossen Rolf Oetli auf dem Platz. Und er wollte, dass ich in den Ball spiele. Ich habe gefunden, ich schiesse. und habe dummerweise einen Hinterkopf getroffen. Und er ist runter wie ein Sack. Und ja, das ist vielleicht auch nicht gleich die optimale Einstigung. Kann man sagen, die Laufwege waren noch nicht optimiert. Nicht unbedingt. Ja, aber seine Laufwege war schlecht, nicht deiner. Er ist ja dir. Vielleicht auch deine Zielgenauung. Man weiss ja nicht, wo er gestanden ist. Er hat mich abgelenkt, kann man sagen. Und hast du das Gehören bekommen oder nicht? Er konnte wirklich böse schauen. Nur schauen? Ja, das hat gelangt. Es war ja noch eine Zeit, wo die alten Arrivierten, die Jungen jetzt nicht unbedingt sehr nachsichtig gehandelt haben. Ist so, ja. Ja. Ich höre immer wieder, wenn es so die Leute erzählen, so ihr erstes Training bei den Grossen. Ja. Aber er hat es auch nicht ganz geschafft. Er hat immerhin später Challengelie gespielt. Und er ist so als kleiner Junge. Das erste Mal durfte er im GZ-Training mitmachen. Ja. Ja, die Junioren dürfen jetzt mal mitmachen. Und dann hat es zuerst so aufgebaut, zum schiessen. Der Berbig war im Goal. Und dann haben alle so eine Reihe. Alle haben geschossen. Alle haben versucht, das zu bezwingen aus einer relativ grossen Distanz. Und der eine, den ich kenne, Sergei Mankastropa heisst er übrigens. Er hat nachher noch bei Wild gespielt. Und dann haben wir gefunden, der Berbig steht so weit vorne. Also durch den Luppen. Hat er es gemacht? Er hat es probiert. Und es ist ihm gelungen? Der Berbig hat ihn gepflückt. Er hat ihn genommen und einfach über die Abschrankung richtig Kläranlage geschossen. und jetzt holst du den Böller, du verdammter Sauhund. So, der erste Auftritt. Ja. So, schon mal gut. Hat er nicht mehr gemacht. Aber es ist das, was man heute ja ein bisschen vermisst. Wenn man sagt, die Jungen, die trauen sich nichts mehr, die sind so angepasst und so. Und früher hat es halt einfach dann ein bisschen weh getan, wenn du dir etwas getraut hast. Ja, es ist dann, etwa zwei Wochen später, habe ich dann das erste Spiel gespielt, in dieser neuen Ein- oder Zweimannschaft, die das noch geheißen hat. Und dort da haben wir einen dabei gehabt, der mal solle, ich weiss nicht, ob bei der D- oder C-Union oder der Schweizer Nazi schon gespielt hat. Der war bei uns im Feld. Und ich bin dort Libro gespielt und habe dann immer zurückgepfiffen, er soll endlich sein Mann decken. Und dann hat es dann auch nach ein paar Minuten dann ausgehängt, ist er zu mir und hat gesagt, schau da, das ist die Faust. Wenn du jetzt nicht endlich ruhig bist, dann hast du ihm Gesicht. Und ja, das waren schon auch Ansagen halt. Und da ist man dann so als junger Junge, der aus dem wohlbehüteten Hügel von Rotmonte in die Stadt runterfussballspielen ging, war alles ein bisschen rocher. Das waren schon die Zeiten, die man da hier runterführen musste. Wie ist Barnetta? Du bist ein bisschen älter als der Tranquillo Barnetta. Ja. Hast du den Tranquillo mitbekommen? Inselfer nicht. Inselfer nicht. Sein Grossvater war bei uns der Schulhausabwehr, wo wir immer geschutet haben und uns immer wieder verjagt hat, wenn der Rasenass war und jetzt da nicht geschutet. Trotzdem, ich hatte immer irgendwie als Autoritätsperson Du hast eine Abwart möglich? Ja, irgendwie schon. Ich weiss genau, was du meinst, aber solche Institutionen habe ich das Gefühl, fehlen heute irgendwo so ein bisschen. Im Leben hat jemand gewusst, was richtig und falsch ist, weil die haben es dann schon... ziemlich teute, ich habe es dir einmal gesagt. Genau. Gibt es eine Schulhauswiese, die jemals nicht zu nass ist, darauf zu schuten? Unsere ist das ganze Jahr... Bitte nicht betreten. Bitte nicht betreten. Ja. Das ist so. Ja. Das ist ein Phänomen auf jeden Fall. Heute gibt es Kunstrasen, löst vermeintlich das Problem. Ich weiss auch nicht, ob es das gleiche Feeling ist, weil die zweimal pro Jahr, die wir dann auf der Rasse hätten können, ist natürlich das Feeling schon nochmal anders gewesen. Ich glaube, sie haben einfach neue Schilder bekommen, weil die anderen haben sie ja im Boden stecken und die jetzt nicht. Jetzt haben sie schon Aufsteller, wo man auf der Kunstrasse stellen kann, wo drauf steht, bitte nicht betreten. Das stimmt ja, wenn wir zweimal im Jahr dann drauf dürfen, ist es schon der Heiligierabend. Das ist das Heiligste. Aber dann war er auch ein gutes Weg. Tipptopp. Eine Kunstrasse ist wie das Netflix von heute. Vorhin hast du eine Woche lang gewartet, bis die 20-Minuten-Sendung gekommen ist. Dann hast du in der Woche und heute hast du es rundum verfügbar. Es ist ein Verlierterwert. Du hast schon angetönt, vielleicht musst du noch ganz kurz umreisen, was dein Beruf ist. Ich habe gesagt, Konzerts und Festivals Zampano. Also eigentlich, wer ein grosses Festival oder Konzert veranstaltet in der Schweiz oder im näheren Russland, kommt kaum an dir vorbei. Habe ich das jetzt übertrieben? Ja, es gibt auch andere, die das auch machen. Mein Beruf ist Produktionsleiter, primär bei Musikveranstaltungen, also Konzerte. Ob das Einzelkonzerte sind, Tourneen oder eben Festivals. Sag mal schnell zwei, drei Bands, die wir grösser noch nicht haben. Also die letzten Bands, wo ich mitten auf Tour gewesen bin, allerdings immer im Auftrag von den Veranstaltern, nicht von der Bands selber, sind Wallbeat, Slipknot, aber auch jetzt aus dem Hip-Hop-Bereich, Nicki Minaj, Drake, Kanye West. So, das sind Künstler nicht betreut. Einfach da, wenn wir grösser noch nicht haben, oder es ist nie ein Symphonieorchester? Habe ich auch schon, ja, es gibt doch auch Momente, wo ich auch für Donald Zürich immer dort Produktionen mache, sind wir jetzt gerade auch am Planen für ein Konzert nächsten Sommer in Zürich, Openair. Aber so, im Alltag sind es eher die wilden Metal-Bands oder nicht ganz einfache Hip-Hop-Künstler. Ein sozialer Beruf. Du lebst darum in Zürich, weil halt von Zürich aus vieles passiert. Wie ist es als Fernweh St. Gallen-Fan aus der Distanz Fan sein von einem FC St. Gallen? Puh, das ist jetzt noch schwer zu sagen, weil ich lebe schon relativ lange in Zürich und was soll ich sagen, es fehlt mir der Sentis auf jeden Fall und halt nahe zu der Stadt und zu meinen Jungs. Es fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen an, wenn ich erst seit drei, vier Monaten in Zürich leben und versuche irgendwie den Weg zu finden zu dieser Stadt. So geht es vielleicht noch ein paar anderen auch. Ja, aber es ist ja noch praktisch, wenn man dann in Zürich wohnt und man hat eine 10er-Liga und sowohl GC und die FCZ sind beide in der Superliga, dann kannst du immerhin in Zürich deine Mannschaft viermal schauen. Ja, ja. Es ist mehr als vieles zu Hause schauen. Wir können ja mal auf die Qualität kommen, rund um den FC St. Gallen. Die, die am meisten für Schlagzeilen gesorgt hat in den letzten Tagen, ist die Rückkehr des Jordi Quintia. Überraschend für euch? Also, dass er irgendwie eine neue Lösung wird finden, nachdem er so wenig gespielt hat im FC Basel das durchaus und vor allem weil der FC Basel ja grosszügig wieder neue Leute holt auch. Aber dass er noch zurückgeht, hätte ich jetzt gedacht, eher nichts, nein. Hat mich also schon überrascht. Aber so im FC St. Gallen Fanumfeld, freut man sich, dass er zurückkommt? Ja, sehr. Also, wenn ich jetzt gerade so die Reaktionen auf Social Media und in unseren diversen WhatsApp-Gruppen, vor allem mit denen, wo all meine Kindergartenkollegen drin sind, da ist schon, also die Emotionen sind sehr hoch gegangen in den letzten Tagen auf jeden Fall, ja. Wobei jetzt ein Heilsbringer wird er wahrscheinlich kaum werden. Also, der hat jetzt ein halbes Jahr fast gar nicht gespielt beim FC Basel. Ja, und ich meine, wenn wir ehrlich sind, auch in den letzten zwei Jahren beim FC St. Gallen sind die Leistungen gar nicht mehr die gleichen gewesen wie in der ersten Saison, das ist auf jeden Fall so. Aber uns geht es eigentlich gar nicht um das. Er kann jetzt von mir aus auch, er muss gar nicht an die Leistungsgrenze ankommen, die er war. Der Hauptsprecher ist wieder zu uns zurückgekommen. Ich finde es immer schön, wenn einer einen kapitalen Fehler macht im Leben, einen wirklichen kapitalen Fehler, zu dem man stehen kann und den massiven Fehler wieder korrigieren kann. Ich finde das grossartig, das Zeug von Grösse. War das so ein grosses Fehler, zum FC Basel zu wechseln? Also man kann durchaus nachvollziehen, dass wenn man in der Schweiz spielt und den FCB ruft und man ist jetzt nicht gerade bei IB untervertragt, dass man sagt, ich gehe dann mal. Also es gibt ja schon Gründe um diesen Schritt zu machen. Also der Hüppi hat ja auch über den Kintia, wo er so seine Hochphase hatte und dann nachher. Er hat ja fast schon ein schlechtes Gewissen gegenüber gehabt, weil er so wenig verdient bei ihnen. Aber er ist ja trotzdem geblieben. Und dass dann, wenn natürlich mal der FC Basel kommt und mal ein Angebot auf den Tisch legt und der Kintia, der vorher in seiner Karriere sehr, sehr viele schwierige Jahre hatte, wo er gar nichts verdient hat oder ganz, ganz wenig verdient hat. Und dann kommt einmal das Angebot, dass er findet, okay, das mache ich jetzt mal. Dann hast du mal wie etwas Sicheres, oder? Auch finanziell. Aber dass er natürlich... Ich weiss noch, ob er gedacht hat, ich komme nicht an und bei den Stammspielern unumstritten und wird dann jeder Spielspieler das, wenn er das gedacht hätte, wäre das sehr vermessen gewesen. Darum sportlich kann man sagen, ist es sicher ein Fehler gewesen. Aber er hat jetzt mal, er hat es probiert, er hat ein halbes Jahr gut verdient. Jetzt halt, wenn er wieder zurückkommen konnte. Das heisst auch, es ist nicht viel geschehen verschlagen worden zu Hause. Was war denn der kapitale Fehler aus deiner Sicht? Ich weiss nicht, wie wir auf... Also, nach Basel ist es wirklich schwierig. Wo hat er denn sonst lassen? Weil vielleicht? Nein, also... Er wollte ja schon noch einen Schritt machen, noch einen. Letzte Chance für ihn. Es ist wirklich schwierig, jetzt in der Schweiz... Ich meine, ich persönlich orientiere mich jetzt wirklich nur am Schweizer Fuss, weil der Rest interessiert mich in dem Sinne nicht. Aber es ist dann schon... Also, viel fällt mir jetzt nicht ein und es gibt jetzt auch nicht wahnsinnige Gründe. Er wird sicher ein bisschen besser verdient haben. Nein, er wird nicht ein bisschen besser verdient haben. Er wird ein absolut mehrfaches, sehr viel mehrfaches. aufs Leben und ich meine... Ja, und er kann immer noch in der Schweiz bleiben. Er kann shooten. Er kann europäisch spielen. Er hat schon recht viele Möglichkeiten beim FC Basel. Ja, ja. Und es ist wahrscheinlich weniger böses Blut angebracht worden, als wenn er zu IB gewechselt wäre. Das weiss ich jetzt nicht einmal. Es ist eben auch verrückt. Ich versuche... Also, wir mögen ja eigentlich niemanden. Ich glaube, uns mag auch niemanden. Aber ich möchte auch nicht, dass mich jemanden mag wegen der FC St. Gallen. Im Gegenteil, es ist ja... Man fühlt sich eigentlich recht gut, wenn einem auch so die Hasswelle entgegenschwappt im Stadion und so weiter. Eben das St. Gallen Selbstverständnis, wenn man dann nachher schon auch noch ein bisschen... Ja, so, aber das hat man ja gerne. Also, ich hoffe, dass das... Also, ich hoffe, dass das die anderen Fans von den anderen Vereinen auch haben. Sonst wäre es ein bisschen komisch. Aber IB ist so ein ganz komischer Verein. Ich versuche die wirklich nicht zu mögen. Aber es gelingt mir nicht. Und nicht, dass ich es mag, aber sie sind mir wie gleich irgendwie durch. Sie sind so in den Jahren, wo sich das so an gewissen Orten aufgebaut haben. Die haben alles so nette Spieler. Die haben keinen Cantaluppi oder Rota oder Varela drin, wo man jetzt einfach abgrundtief hätte dürfen. Entschuldigung jetzt, aber in der Fussballwelt hassen. So, man hasst es ja nicht. Aber wenn es neben sind bei den anderen, man wünscht es sich ja ein bisschen auch dann zu sich. Aber man freut sich die ganze Woche auch. Heute kommt der Rota wieder. Der Rota ist so geil. Das hat IB wirklich nicht zu bieten. Nicht einen. Nicht einen. Was möchtest du denn gegen Ebischer sagen? Oder gegen Fasnacht? Die sind ja einfach nett und lieb. Und nett und lieb. Und dann das Mami vom Fasnacht auch noch. Und alle so nett und lieb. Und dann der Sibaccio, der dann immer noch so cool reinschaut und die coolen Goal macht, wenn er endlich mal reinkommt. Und Samet war auch gut. Sie sind ja alle nett und gut. Ja. So ein bisschen nett und gut einfach so. Das finde ich schwierig auch vom Casting her. Die würden das nie machen. Aber ich kann das guten Abend ziehen. Es ist natürlich auch so, wo in der Zeit, wo eigentlich die Antipathien geprägt werden, das war bei dir natürlich schon vorher und dort hat IB auch gar keine Rolle gespielt. weil es gar keinen Grund gab, um irgendetwas gegen dich zu haben. Aber sie sind dann irgendwo in den Nationalen EU-Typen. Und auch schon dort. Wann denn? Dann war Lars Lunde. Der ist wieder ein Spieler, den hätte man möglichen müssen. Aber es gibt ja doch jetzt aufgrund, weil sie halt die letzten Jahre immer wieder mal sehr umstrittene Spiele hatten mit so wahren Entscheidungen und Penalt in der Nachspielzeit und dumm verloren und so. Durch das ist ja schon ein bisschen eine Antipathie entstanden. Ja, ja. Aber auch dort. Also, wenn ich mir vorstelle, es wäre jetzt gegen Basel gewesen oder so, das wäre nochmal ganz anders gewesen dort. Ja. Aber es war ein grossartiger Tag gewesen. Das, ich weiss nicht. Wir haben eigentlich dort schon in den frühen Stadien von Corona, ich weiss nicht, wie viele Männer ich dort küsste, wo ich nicht mehr nachverfolgen konnte über das Contact Tracing, wer das war. Also vor allem reden wir jetzt vom 3-zu-3 damals. Puh. Das war, glaube ich, das letzte Spiel, bevor die Zuschauer. Ja. Das war ein schöner Abschluss. Ja, grossartig. Ja, klar. Und für das gehe ich das Stadion, nur für das. Und ich will das gewinnen, aber es war ganz okay, da sind wir nicht gewonnen dort. Also komm, wir ziehen das ein bisschen vor. Das, was du jetzt so ein bisschen skizzierst, das Gefühl, St. Galler zu sein oder das Gefühl, das man gegenüber St. Galler hat, ist ein bisschen genau das. gewinnen ist gar nicht das Wichtigste. Also, ich tu jetzt nur von aussen ein bisschen skizzieren. Gewinnen ist gar nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass jemand, oder dass die eigene Mannschaft Gürtler ist ein gutes Beispiel für das. Dreck frisst, kämpft, geht und wenn man am Schluss das Unentschieden ausschaut, ist auch noch okay. Ist das klischiert oder ist das wirklich Selbstverständnis von St. Galler? Also eben, gewinnen wollen alle, erfolgreich sind auch, aber eigentlich, wir fühlen uns ganz wohl in dieser leidenden Undertalk-Rolle und wollen auch gar nicht wirklich aus dem rauskommen, glaube ich. Und wenn wir uns einmal so untereinander vor dem Spiel sagen, wie soll das Spiel werden, dann wünschen wir uns selten, ja, 3-0 nach einer Viertelstunde, sondern gern eine grobe Grätsche gegen unseren Publikumsliebungen in der zweiten Minute, in der fünften, ein aberkanntes ganz, also kein Abseits-Goal, also aus unserer Sicht, aber ungerechtfertigt natürlich, wo aber bekannt wird, dann nochmal eine ungerechtfertigte gele Karte gegen uns und so. Dann vielleicht 1-0 durch ein klars Abseits-Goal. Der Gegner. Und so eigentlich in Sonntag hineingeht, dann Samstagabend, und am liebsten Samstagabend. Ist der Peter Zeisler nicht der perfekte Trainer für so ein Mann, der fühlt sich auch immer konsequent, immer ungerecht behandelt? Ja, also das hast du ja noch nicht gesagt, du fühlst dich dann auch ungerecht behandelt, oder? Also wie der Zeisler teilweise auch, der sagt es ja auch ziemlich deutlich. Nein, er sagt immer, er will nichts zum Schiedsrichter sagen und sagt dann ganz viel zum Schiedsrichter. Ja, das passt hervorragend dazu. Und auch natürlich, wenn er mitgeht. Und dann bei dem Entscheid, den ihr natürlich leidet auf der Tribüne, er ja auch genau gleich mitgeht. Und er ist ja dann, er verliert dann schon ziemlich schnell die Diplomatie, wo gewisse Trainer an sich haben, wo man ihn aber auch als Emotionslosigkeit auslegen kann. Das ist ja schon so. Wie hast du mit dem Peter Zeidler als Trainer von deiner Mannschaft? Ähm, ich habe da ein differenziertes Verhältnis. Also ich schätze sehr, wann er bewegt hat, auch die Konstanz, die er reingebracht hat, die Linie, die er verfolgt, und auch gewissermassen daran ist. Die Idee auch, dass man wirklich mit dem Nachwuchs schafft, junge Spieler Gelegenheit gibt, auch junge Spieler aus der Region Gelegenheit gibt, das zieht er ziemlich konsequent durch. ähm, punktuell aber doch so eine gewisse Engstirnigkeit, dass die Taktik angeht. Ähm, ich finde das Pressing, Gegenpressing, finde ich alles gut, weil da fliegen die Fetzen und da geht etwas, das ist fein. Ich begreife einfach nicht, dass wenn man jetzt etwa 28 Mal gegen Lugano 2-0 verliert, jedes Mal den Lavaschi, was 1-0 macht, wieso, dass man nicht mal mit der ganzen Mannschaft einfach vielleicht 10 Meter weiter hinten pressen kann, sondern nochmal versucht, auch mit den Aussenverteidigern bei den Kornerfahnen und einem bergigenischen Goal zu angreifen. Und dann immer überrascht ist, dass nach viertel Stunde dann Kesselt irgendwie, und das begreife ich jetzt nicht ganz, und wieso, dass man auch, wenn es eigentlich klar ist, nach 4-0, ähm, in der fünften englischen Woche nacheinander, und man ist 0-4 hin, und dann nochmal versucht, sich das Tor zu pressen, um dann noch 6-0 hinzugehen. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen Gas rausnehmen, und die zwei roten Karten, die man dann am Schluss noch geholt hat, vielleicht auf diese verzichten. Also da, ein bisschen mehr, äh, können sich verschiedene, ein bisschen anpassen, aber nichtsdestotrotz, er bringt die Leidenschaft rein, wenn auch ab und zu vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, das Einzige sind dick, was er hat, auch selbst minus 5 Grad, sich etwa 5 Mal umzuziehen, nur mit dem Pulli, dann wieder die Jacke, mit Kappen, ohne Kappen, das, man hat immer das Gefühl, es sei ein ganzer Saison-Gesammenschnitt von 10 verschiedenen Spielen, mindestens, was er in einem Spiel macht, rein modisch gesehen. Aber, es schadet ja nichts, kann er machen, ähm, wir machen andere Popstars, auch bei dem Konzert, oder? Ja, genau. Madonna hat immer x Mal umzuziehen. Genau. Ist der Peter Zeidler die Madonna von der Super League? Nein. Nein. Ich weiss auch nicht. Wie passt der Schordi Quintia in das, in das sehr laufintensive Spiel von Peter Zeidler? Braucht sie damit einfach einen, der so ein bisschen den Überblick hat und die Bälle verteilt, damit die anderen Jungen dann zeckeln können? Das ist ja, also eigentlich ist es natürlich schon optimal, wenn du einen hast, wenn du ganz viele lauffreudige Leute hast, dass du einen hast, die die Bälle auch spielen können, die die anderen erspurten. Das ist natürlich gut. Aber grundsätzlich, wenn du ihn einbinden willst in ein Komplett, wo alle müssen pressen, dann ist er jetzt vielleicht nicht der richtige. Also er ist ja eigentlich der, der noch gerne würde Pep Guardiola auf Alpsitz Fussball spielen. Das würde eigentlich der Kindia gerne, das hat er ihm auch erzählt. Aber beim Zeidler geht das natürlich nicht. Der muss einfach so spielen. Und das, was du gesagt hast, mit dem Plan B, das ist natürlich schon so. Er hat keinen, also er hat keinen anderen Plan B. Aber man muss auch sehen, dass natürlich das Kader vom FC St. Gall ist explizit für genau diese Art von Fussball zusammengestellt. Du hast alles, schnelle, lauffreudige, junge Leute, die das einfach machen können. Und das ist ihre Stärke, wenn du ihnen die, in Anführungszeichen, einzige Stärke nimmst, und du findest, wir machen das jetzt nicht, wir spielen jetzt laurend gegen Lugano, wahrscheinlich würdest du dann halt nicht 2-0 eingehen, sondern 4-0, denn dann kommen deine Stärke gar nicht zur Geltung. Verloren reden wir ja nicht, aber eben einfach vielleicht mal das Ganze so 15, 20 Meter zurückverschieben und dann kannst du ja immer noch, aber du musst vielleicht nicht den hintersten Ball führen, den gerade mit 8 Leuten angreifen, sondern vielleicht im Mittelfeld das Gleiche machen. Ja, so eine gewisse kleine Anpassung natürlich auch, aber die sind so, ich meine das sind ja alles Leute, gerade die, die noch zudem die Repulschule durchlaufen haben, die machen halt nichts anderes seit 9 Uhr. Die wecken jetzt am Morgen und dann gehen sie pressen und dann gehen sie wieder ins Bett. So etwa. Und wenn die halt dann hast, dann ist es, glaube ich, schwierig, denen das wieder wegzubringen. Das sind so die Pressingsüchtige. Ja, aber ist ja auch gut, wenn du Pressingsüchtig bist und säcklisch, 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 dass du, wenn der Ball erobern ist, dass du dann weisst, ich gebe ihm mal dem Shorty, wenn er einen Colt an den Ball, der kann dann schon etwas damit anfangen. Ja, ja. Und das ist ja in der Vergangenheit durchaus auch mal der Fall gewesen, dass er noch das eine oder andere hätte anfangen können. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und dass da mal einen ruhenden Pol braucht, der ist sicher wichtig. Ich glaube, er ist einfach auch vom Typ her. Als Mensch, so, glaube ich, ist er unheimlich wichtig für die Mannschaft. Vielsprachig, offen. Ich habe das Gefühl, der kann ganz viel abfedern oder ins Gleichgewicht bringen. Vielleicht sonst einfach ein bisschen aus dem Ruder geht. Er ist sehr bei sich. Ich meine zum Teil, wenn ich hier irgendwelche Insta-Posts so weiter sehe von einem Fussball, denke ich, hey, sie kleiden sich, wenn sie in New York, Mailand oder in Paris shooten würden, aber sie sind in der Ostschweiz und bei uns dreht man heute stolz und gerne Hochwasserhose, das ist voll okay. Und was machst du Füffarbing mit irgendeiner Krone auf dem Kopf? Irgendwie so. Und da tut dann Ginti auf jeden Fall gut. Ja. Also Ginti, der ist also wirtschaftlich, ist ja sehr, sehr interessiert. Dann sucht er immer nach neuen Geschäftsmöglichkeiten. Vielleicht wäre es das gerade eine, dass er der Generalimporteur wird für Hochwasserhose und die an seine Mitspielern vertickt. Das würde ihn sicher reizen. Aber ich glaube nicht, dass Diana bringt. Ah, die Pressingsüchtigen Mitspieler. Mit den Hochwasserhosen. Pressingsüchtig finde ich einfach nur schon ein schönes Wort. Aber wenn ich dich richtig verstehe, also Meister werden ist durchaus schon auch erstrebenswert, auch als St. Gallen-Fan. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Meistersaison war grossartig. Ich ärgere mich heute noch, dass ich das letzte Spiel, das einzige Mal überhaupt in meinem Leben, wo ich hätte können, einen Pokal übergebracht vom FC St. Gallen gesehen habe. Ich war nicht im Stadion, weil ich arbeiten musste. und den Kollegen schwer betrunken immer aus dem Stadion auch. Leute sagen, hör mal, hör mal einen Zwitter. Und ich hätte das irgendwie nicht miterleben können. Ja, ich würde es gerne einmal noch erleben. Einmal. Das kann aber auch ein Köp sein. Wir haben, glaube ich, den Liga-Köp mal gewohnt. Ja gut, den Liga-Köp. Ja, immerhin. Ja, also, IB hat vorhin einmal den OB-Göp. Ja, ja. Also, wirklich. Nein, aber ja. Aber es ist jetzt... Ich glaube, wir sind ganz zufrieden, dort, wo wir sind. So. Im Durchschnitt. Und dann darf es zwischendurch. Soll es unbedingt mal einen Ausreißer geben und dann mal ein bisschen daran schnuppern. Und natürlich sind irgendwelche Europagöp-Highlights auswärts bei Radnitz, Kiniisch oder wie es auch immer. Das nehmen wir gerne. Zwischendurch mal. So. Aber... Aber jetzt achten, wie es aktuell ist, muss es schon nicht gerade sein, oder? So, ein bisschen am europäischen Geschäft schnuppern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, aber... Das stimmt, ja. In der Schweiz kannst du noch wirklich lange schnuppern. Wirklich. Nein, also auf jeden Fall sein soll ist irgendwie sicher eine gewisse Spannung. Langweilig ist es dann, wenn man irgendwie zu viele Punkte gegen hinten und Vorsprung und zu viel gegen Führerrückstand hat. Dann macht es keinen Spass. Aber nochmal von der Mentalität her, von unserer Grundstimmung, Laune, die wir uns reintragen, darf es nicht zu erfolgreich sein, glaube ich. Auf die Uhr. Ich gehöre das auch viel aus St. Gallen. Also so ein bisschen im Stil von selbst, wenn es gut läuft, dann denken, also dann reden schon immer alle davon, ja, wie es jetzt dann gerade wieder zusammenkommt. Also so, dass man wartet eigentlich darauf und dreht das auch ein bisschen herbei, dass man das sicher nicht aufrechterhalten wird, bis zum Schluss. Also auch dort, wo es Tabellenführer gewesen sind, wo es noch um die Meisterschaft gegangen ist, vor zwei Jahren, oder war es das? Ja, ja, ja. Selbst steht, haben alle gesagt, ja, ja, also wir fallen schon auf die Schnurren. Das habe ich eigentlich darauf erwartet. Die Wand eigentlich, das liebende Gefühl wird. Aber es ist natürlich, wir haben natürlich ganz viele diese Hinsicht auch wirklich erlebt. Also ich meine, gerade die Final 98, den habe ich heute noch nicht verarbeitet. Ich schaue den regelmässig wieder, inklusive dem Vorspann, den Salzgeber grandios angelegt. Es ist wirklich so lohnenswert zu schauen. Und Hilfschnell, gerade die Final 98? Gegen Lausanne, Edwin Würens, die ersten Zwei-Gole, dann Penalty. Ach so, wie du vorher skizziert hast, wie du es eigentlich am liebsten hast? An sich ja. Und dann, ja, wobei, also so muss es dann, also dort, ja, das wäre jetzt wieder der einzelne Ausreisser, der dann eben in die andere Richtung gekommen ist. Er läuft an, zum Penalty verschiesst und dann irgendwie gleicht Lausanne aus in den 93., 94., wie viel auch immer und dann nachher geht es ins Penalty-Schiess am Schluss. St. Gallen hat verloren. Das ist grausam gewesen, zumal, wir haben es dort diverse Kollegen morgen früh, eine halbe, acht oder so, in die Zürich-Embahn getroffen, mit x Batterien, Schützengarten, in Zug nach Bern, und, und, und. Dann hat es im Stadion kein Bier mehr gegeben und ich bin überzeugt, das war der Grund, dass wir verloren haben. Ich habe nie ein Frieden. Uns ist die Luft ausgegangen in den 60. Minuten. Auf der Ränge. Auf der Ränge. Dort haben wir alle die Perücke getragen. Unmöglich. Oh nein. Die grünen Perücke beginnen immer mehr zu beissen. Und wir waren nicht mehr fokussiert und haben den Arm verloren. Ich bin überzeugt. Es ist gut, dass du die Schuld auf dich nimmst. auch. Das ist wichtig. Die neue Generation St. Galler ist es ja nicht so, dass sie dann die Schuld bei sich suchen. Also es gibt ja, weisst du, wie man euch so zum Beispiel in Bern nennt? Nein. Die Aluhüt. Sogar? Okay, gut. Weil so mit Verschwörungstheorie und alle sind gegen uns und der Schiri kommt eben aus dem und der hat etwas gegen St. Galler. Das ist schon so. Ich sage jetzt nicht, wegen dem bin ich keine Aluhut. Nur weil wir da jetzt auf offensichtlich sind. Sie haben also direkte grünen Perücken gegen die Aluhut eingetauscht. Wie hast du denn mit der Fankultur, wenn du selber mal einer gewesen bist mit einer grünen Perücke, die Bissen hat? Hast du das als Fankultur bezeichnet? Nein, ich habe das nicht in keiner Art und Weise als Fankultur bezeichnet. Darum frage ich. Was soll ich sagen? Also, die aktuelle Fankultur schläfert mich primär ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwar jetzt, ich sehe, was die machen, ich sehe die Leidenschaft, den Einsatz, auch das grosse Engagement im Zusammenhang mit Stühle rein, Stühle raus oder Chorios, was machen unten und unten. Ich habe mit dem ewigen Singsang einfach meine Mühe, weil es ist, unten auf dem Feld kann nichts passieren und sie singen das Gleiche, wie unten auf dem Feld geht es drunter und drüber und weiss nicht, was alles passiert und sie singen immer noch genau das Gleiche. Das Schlimmste sind da durch die FZZ-Fans, die, ich glaube, irgendwelche Extended-Versions singen können, zwölf Minuten. Ja, von allen Liedern haben sie noch die 12-Inch-Instrument-Gal-Version von Shep Pettibone. Es ist was auch tatsächlich schon passiert, dass ich eingeschlafen bin im Stadion, weil ich einfach von dem Singsang müde geworden bin. Ich kann es wirklich gut nachvollziehen. Und ich habe das einfach früher wirklich lustiger und spannender und interessanter gefunden, wo viel mehr Interaktion war. Da passiert etwas und die Kurve kommt oder sie kommt dann eben auch nicht. Und wenn sie aber dann gekommen ist, dann kommt es richtig und dann ist es eruptiv gewesen. Und jetzt ist es einfach so, das ist so wie ein Teppach, der geleitet wird, der sich so über alles legt. Und ich würde mir eigentlich mehr so wieder die Spontanität zurückwünschen von dem, eben, der Rotta kommt jetzt und so. Der Rotta lupft das Bein und er ist schon wieder auf Kiniöhe oben und so. Und dass dann etwas passiert. Vielleicht ist das wie du, die französische Verben konjugiert hast, wo du aufs Gold zugelaufen bist und darum dich ein bisschen konzentrieren konzentrieren. So sind die Fan-Core von einem ständig Songtext durchgegangen, und können gar nicht mehr direkt aufs Spiel reagieren. Es ist einfach schon schwierig. Ich meine, die haben so viele Songs und so viele Texte. Da musst du natürlich auch bereit sein. Du musst auch die ganze Zeit durchsingen. Und das natürlich, wenn du immer durchsingst und siehst ja auch noch die Trommelbegleitung. Und dann... Und dann... Ich habe mich auch so... Ich habe mich auch schon entdeckt, wenn du bei einer Hockschicht auf der Treppe und dann so... Nicht so schnell ein, weil es ist so... Schön einschläfernde Musik. Also wenn man es nicht zu laut hat zu Hause zum Einschlafen, wenn man Mühe hat damit durchaus mal vielleicht einen Zürich-Matsch als Audio-Fall hat. Gut, mit 8 Litern Schieger im Grin in der 60. Minute... Ja, dann geht das auch nicht. Ist vielleicht der Alkoholpegel der Grund, wieso das irgendwann wegschlafen? Ja, das spielt natürlich auch mit. Aber... Oder kann mitspielen, ja. Aber... Ja, eben... Ich sage... Mir fehlt das, hin und her, was auf dem Rasen passiert. Ich schätze die Unterstützung sehr. Also wenn ich die mache, da würde ich gar nichts und zwar jetzt durch, egal welche Kurve. Das spielt dann keine Rolle. Aber ähm... Ich verstehe es doch auch, weil die Kapos, die stehen ja mit dem Rücken zum Feld. Mhm. Wir wollen die wissen, was unten passiert irgendwie. Ähm... Und das ist halt so... Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, meine ganze Erste. Und es ist auch noch, es ist auch noch ein bisschen ausschliessend, weil halt die Kurve singt, ihre mega komplizierten Lieder. Und früher hast du halt das, was du gesagt hast, das Situative. Dann haben halt mal, haben auch mal die auf der Seite angefangen irgendetwas zu singen oder haben unterstützt, weil es halt einfache Lieder waren. Aber jetzt, du könntest ja die Lieder nicht mitsingen vom FC St. Gallen oder vom FC Zürich oder von was auch immer, weil sie sind viel, sie wechselt schnell ab, sie sind lang, sie haben mega viel komplizierter Text, sie können ja nicht mitsingen. Es ist nicht mehr, Hopp St. Gallen, Führer mit dem Ballen, der da auf der Seite... Ich glaube noch nie gewesen. Führer mit dem Ballen, das ist nicht in St. Gallen, aber mit dem wird man halt aufzahlen. Ist das nie gerufen worden bei euch? Nein. Wirklich nicht? Nein, nur Hopp St. Gallen. Aber dann im Staccato, wo du dann irgendetwas rufst, nimmst du schneller und irgendwann kommst du keine Luft mehr. Mhm. Ah. Das ist ja lustig. Es ist wie so, immer wenn du in eurem zu bist, zumindest die, die Grossvater, ein Grossvater von mir, der dann aus der Ostwitz kam, und irgendwann hat wieder den Zürcher Dialekt nachmachen. Er ist immer mit dem Leck Bobi gekommen. Mhm. Niemand hat je Leck Bobi gesagt. Und ich glaube auch in Basel sagt niemand Joderno. Ja, das sagt man... Aha, ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist einfach das, was man nimmt, weil man mit diesen Begriffen dann relativ einfach den anderen Dialekt nachmachen kann. Ja, aber wieso nimmt man nicht etwas, was wirklich... Führer mit dem Ballen. Vielleicht ist das nur der Zürcher, aber die anderen nachmachen. Das ist wirklich da auch ganz in Zürcher. Können wir noch über den SC Brühl St. Gallen reden? Ja. Du bist denn Sicherheitschef gewesen? Während deiner Saison, ja. Das war nicht so eine gloriosere Karriere als Sicherheitschef? Ja, es hat es nur verlangt, als ich in der Challenge League war. Und von Verbandseite hast du es keine Pflicht, einen Sicherheitsverantwortlichen zu haben, wenn du wieder in der Promotion League bist. Ja, aber beim SC Brühl in der Challenge League hast du wahrscheinlich auch nicht sehr viel zu tun gehabt als Sicherheitschef? Mit Brühl selber nicht, aber es war tatsächlich interessant, wie beim ersten Heimspiel der Saison, ich glaube, gegen Bellinzona war es dann doch diverse St. Galler-Fans, die dann im Umfeld des Stadions waren, um die Bellinzona-Fans zu treffen. So ein bisschen diskutieren. So ein bisschen diskutieren. So ein bisschen diskutieren. So ein bisschen diskutieren. So, oder dann Aarau ist dort auch gewesen, weil es ja auch so eine gute Leidenschaft ist zwischen St. Galler-Fans und Aarau-Fans, traditionell. Und da hat es natürlich schon so Begegnungen gegeben, wo dann eigentlich Brühl selber gar nicht unbedingt das Thema gewesen ist. Oder die Fans von Brühl, das ist ja wirklich ein Quartierverein, mit dem ich es noch sagen, ein Familienverein. Aber halt eine Kombi mit den St. Galler-Fans und den FC St. Galler-Fans, wo dann das durchaus ein Thema sein können. Und nicht zuletzt auch die beiden Dörpers, wo es geht, die Sebräseser. Stattmatch. Stattmatch, ja. Stattmatch? Oder Stattmatch? Hm. Ja, das... Töchter. Ja, das ist jetzt... Nein, schon Stattmatch, würde ich sagen. Aber du stehst ja zwischen Steuern und Bank. Also, als eigentlicher FC St. Galler-Fan von St. Gallen in St. Gallen aufgewachsen, mit St. Gallen verbunden. Und gleichzeitig auch beim SC Brühl, natürlich mit dem SC Brühl verbunden und dem Sicherheitschef. Wie ist das? Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Wir hatten tatsächlich mal ein Meeting mit Fanvertretern von beiden Vereinen und Sicherheitsverantwortlichen und Stadtpolizei. Dann sitzt du in dem Meeting rein und merkst irgendwie, du irritierst das Gegenüber. Also die Fangruppe von FC Gallen, wer ist jetzt das? Und was macht der da ganz genau? Und das war so eine etwas merkwürdige Situation. Aber das Erlebnis selber war grossartig, weil in dem Stadion die beiden Vereine und die Fans haben sich darauf geeinigt und verständigt, dass man an dem Tag nicht schwarz dreht, sondern grün-weiss. Und das ganze Stadion war grün-weiss. Und das war wirklich ein super Erlebnis. Und der Marc Zellweger? Ja. Ich war auch an dem Match. An dem? Ja. An dem Match? An Brühl-St. Gallen? Ja. Ja. Hat es den nur einmal gegeben? Ja. Dann noch das Rückspiel. Das Rückspiel auf den St. Gallen? Und nachher ist Brühl schon wieder gegangen. Genau. Und der Marc Zellweger. Ich habe mit Meme heute noch kurz telefoniert und er hat eine interessante T-Sender umgestellt. Wir können nachher noch ein bisschen über den Marc Zellweger, der ja bei beiden Vereinen gespielt hat, reden. Der Meme sagt, der Marc Zellweger ist eigentlich nur diese Kultfigur geworden wegen seiner Haare. Kannst du das ausdeutschen? Ja. Also sicher, es hat noch anders reingespielt, wie zum Beispiel, dass er sehr lange beim FC St. Gallen gewesen ist. Das hilft sicher auch. Aber dass er so zu dieser Ikone geworden ist, finde ich jetzt damit zu tun, dass er lange Haare gehabt hat und darum wie aufgefallen ist. Du weißt auch andere, die lange in einem Verein gewesen sind. Trotzdem wird der Sascha Müller nie so eine Legende sein bei St. Gallen wie der Zellweger. Und er hat sicher auch anders gespielt als der Sascha Müller. Beide haben aber sicher immer alles gegeben. Der Zellweger hatte halt einfach lange Haare und der fällt halt einfach auf. Alle sehen, wenn er den Bölle hat, wenn er die Linie rauf und runter sagt, allen ist der Begriff, den kennt man gerade, du erkennst sofort, du weisst, der war Beteiliger. Und die Leute, die halt auffallen, die Spieler, die haben es einfacher, die, die jetzt nicht professionell irgendeinem Fussballmatch verfolgen, zu denen auffallen und dann auch zu Helden werden, wie das der Zellweger auch geschafft hat. Wie hast du mit dem Zelli? Ich schätze ihn sehr. Er ist ein guter Typ, ist genau so einer, wie wir auch von der Kurve es mögen. Ich habe auch aber darum ein spezielles Verhältnis zu ihm, weil gerade auch in der Zeit, wo Brühl dann richtig Aufstieg gegangen ist, also noch in der Saison, wo er aufgehört hat, bis in den Gallen und dann bei Brühl langsam das Berg aufgegangen ist, hat mir ein Kollege von Brühl, der im Forschung war, die Leute gesagt haben, wir könnten Zelli haben, aber er will noch irgendein Jobangebot und es geht nicht nur ums Geld, sondern irgendeine Joboption haben. Und dann habe ich gesagt, also gut, sag mal, man kann bei mir anfangen zu arbeiten. 20 Prozent oder 40 Prozent, weiß ich nicht mehr genau. Und zwei Tage später stand ich in der Zeit mit dem Zellweger unterschreibt in Brühl und da konnte ich etwas dazu beitragen. Was hat er dann bei dir geschafft? Mhm. Ähm, ich bin ja dort schon im Veranstalt gewesen tätig gewesen und ich habe so ein bisschen gehofft, dass er uns da die Türen öffnen und uns unterstützen könnte. Ähm, er ist jetzt sicher der bessere Fussballer gewesen. Also er war eigentlich das Kotchen eigentlich im weitesten Sinn bei euch in der Firma. Ja, kann man sagen. Und auch ein bisschen Stolz von der Firma natürlich, weil wer hat schon Mark Zellweger in der Firma? Das muss man zuerst mal haben. Seine E-Mail-Adresse ist 17at und den Firmennamen. Ja, das klingt so ein bisschen wie früher in den kommunistischen Ländern, wo es noch keinen, offiziell noch keinen Profi-Fussballer gegeben hat, haben ja alle noch irgendeinen Job nebentrag. Meistens eben bei der Armee oder so. Und sie sind ja absolut überhaupt nie da gewesen. Das klingt so wie der Zellweger dort. Und ich habe gerade dort in der Zeit ein Interview gemacht mit ihm. Und er hat gesagt, er hätte es wirklich genug gehabt mit dem Fussball und hätte es wirklich nicht mehr so profimässig da jedes Wochenende und die ganze Ferien. und dann immer unterwegs und einfach so mal die Schnauze voll. Darum habe ich gefunden, er will noch ein bisschen die Schauten nebentrag, gehe ich dann zu Bruel. Als er damals in der ersten Liga gefielte? Ja. Und nachher sind sie so angeschissen, wo die aufgestiegen sind. Also wirklich, du bist ein bisschen weg und dann steigst du mit denen auf. Ja, dunkel. Aber vielleicht noch zu dem, was er zuvor gesagt hat, zu ihm. Ich glaube, ich glaube, sein Stil, Fussball zu spielen, ist wieder das, was halt wieder zu uns passt. Weil er doch auch den Rasen gleich bearbeitet hat wie der Ball. Und dann schon auch die Tour, einfach, wo er bei uns gespielt hat, dann auch zurückgekommen ist. Also das hat natürlich die Treue zum Verein, zu dieser Stadt, immer von Winterthur nach St. Gallen fahren. Stimmt. Er hat ja nicht einmal den gewohnt. Er hat immer die ganze Zeit im Winter durchgewohnt. Er ist nicht einmal ein eigener, weißt du nicht, wie der Barnetta? Nein. Nein, er hat nicht. Aber er hat sich wie ein eigenes Na gefühlt. Nachher haben sie ihn ja schon schön geirrt, am Ende seiner Karriere bei St. Gallen. Mit dem haben sie wieder das Leibli, so unter das Stadion dacht zu sein, wo alles in die Hose gegangen ist. Alles. Es hat überhaupt nicht funktioniert, als es anbrechen. Ja, bezeichnend für den FC St. Gallen zu dieser Zeit. Dort hatten sie immer grosse Pläne, wie ein neues Stadion, aber dann in die Challenge League abstiegen. Genau. Zellweger Ehre, aber nicht einmal das funktioniert mit dem unter das Stadion Dach ziehen. Eine schöne Zeit mit dem FC St. Gallen. Fängt das Leibli noch unter dem Stadion Dach? Ja. Seht man das? Jetzt ist es dort. Ich glaube es. Ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr im Stadion gewesen, auch Corona-bedingt. Ich meinte ja, und wenn nicht. Ich habe ein Foto in einem meiner sogenannten Road Cases, das ich, wenn ich kann, unterwegs sein, mit dabei habe. Und dort ist das zumindest. Von dem her, von mich hängt es. Also schlussendlich ist es angekommen irgendwo. Ja, ja, ja. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wo niemand mehr zugeschaut hat, haben sie da fünf Stunden geopfert, um das Leibli aufzuhängen. Aber du, wo weisst, wie in einem Event am besten aufgezogen wird, dass er funktioniert. Ja. Sei es jetzt ein Festival oder ein grosses Rockkonzert in der ganz grossen Halle. so. Wäre das interessant für dich, Fussball, Stadien, oder das Erlebnis, der Event Fussball, vielleicht noch ein bisschen besser zu verpacken, dass es sich vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen lassen würde? Oder findest du, Fussball ist Fussball, da braucht es kein Event rund um? Also mir geht es massiv zu weit, aber ich bin halt schon auch, ich bin auch emotional irgendwie so in 83, 84 stehen geblieben und orientiere mich immer noch an dieser Zeit irgendwie. Und das war halt dort, als die Adidas Hosen noch wirklich gerade knapp unter dem Gesäß aufgehört hat und wirklich noch vieles anders war. Und dort hat Abba gelangt vor dem Match und in der Pause als Stadionbeschallung und halt das ganze Drumherum. Das Spiel war vollauf ausreichend als Happening und Erlebnis. Und jetzt der ganze Circus mit Filmeinspielungen dort und da, und das killt halt die Stimmung auch mit dem, was vor dem Spiel geht, ist mir alles ein bisschen zu viel. Mir ist klar, das gehört dazu, von dem man will jetzt nicht alles verteufeln. Ich weiss, ich habe das Gefühl, weil man müsste eher, wenn gastronomisch nachher um die Stadien noch etwas etwas machen, sodass man dort noch länger sein kann. So wie es auch Zürich mit der Flachpassfahrt gemacht hat. So etwas. Das wäre jetzt mein Ansatz. Und ich würde eigentlich auch, von dem wir das professionelle denken, gar nicht auf meine private Leidenschaften überwälzt haben. Sondern ich habe eigentlich am liebsten Bier und Wurst und Jungs und das reicht auch. Aber ja, das ist vielleicht da. Also, wir haben da auch schon diskutiert, wie könnte man... Da ist der Meme total auf deiner Seite. Aber voll. Keine Eventisierung des Fussballs. Ich bin da... Ich bin halt schon gerne, ich bin halt schon gerne gut unterhalten. Und gerne auch rund um das, was auf dem Fussballplatz läuft. Also ich wäre offen für noch etwas mehr Entertainment. Ich weiss, aber es gelingt halt sehr selten. Also weisst, irgendwie noch, dass noch zwei Fans auf die Torwand schiessen dürfen. Oder... Keine Ahnung. Wie geht's? Haben es mal irgendwelche Fans in einen Whirlpool gesetzt am Spielfeldrand? Das ist alles ganz, ganz, ganz trümmelig und peinlich. Aber dass wir vielleicht das Erlebnis verlängern, in dem nach dem Spiel es noch ein Zuhause bleibt für die Leute, dass wir dort noch zusammen sein und vielleicht auch miteinander das Spiel nachbearbeiten können. Das auf jeden Fall. Aber Sandra, ich checke nicht, wo die Rufe herkommt, nach dieser Eventisierung. Ich meine, der Event ist das Fussballspiel. Wenn du an ein Konzert gehst, dann findest du auch nicht, ja, ich gehe schon an ein Konzert, aber ich will schon, dass da noch etwas läuft. Es spielt eine Vorband. Es spielt auch eine Band. Es ist nicht... Und auch zwischen der Vorband und der Hauptband kommt nicht, jemand zu shooten oder jonglieren. Es ist einfach, du gehst wegen dem Konzert und nachher gehst du wieder nach Hause. Du gehst an einen Fussballmatch und nachher gehst du wieder nach Hause. Und du hast eine Pause und die Pause ist dafür da, mit den Leuten zu reden und etwas zu trinken und eine Wurst holen. Und du musst dann nicht irgendeine Opernsängerin auf einem roten Postauto reinfahren, wie das das GZ gemacht hat damals. Das kommt alles ganz furchterregend an. Das braucht alles überhaupt nicht. Musik einspielen können sie von mir aus. Das stört noch am wenigsten. Aber das andere wäre natürlich super, wenn es das gäbe. Das gibt es an sehr wenigen Orten. Meistens ist es dann wirklich fertig und alle gehen aus dem Stadion und nachher ist es eigentlich vorbei. Nachher musst du irgendetwas suchen. So etwas wie die Flachpassbar würde natürlich heute auch nicht mehr funktionieren, weil heute ja kein Fussballspieler mehr zu den Fans und jetzt würde dann ein Bier trinken. Ja, ich weiss nicht, ich bin mal in Lustenau, Austria Lustenau gegen irgendjemanden geschaut und die haben das zum Beispiel so zu zelebriert. Die haben nachher noch das Zelt oben dran. Und diverse so Hütchen, so halt, genau. Der Après-Ski-Grufe ein bisschen dort gewesen. Das klingt furchtbar aus. Aber dort sind regelmässig, wenn die am Samstag Nachmittag am 4 Uhr gespielt haben, ist am Abend am 11 Uhr immer noch, da sind die Hälfte der Leute immer im Stadion gewesen oder ums Stadion herum. Das ist das, was Brühl auch hat, mit diesen sensationellen Bechinger Brotwürste und halt das Bier. und da kommt es sogar noch im Restaurant, kommt das Bier noch im Glas rüber und kann sogar dann auf die Terrasse rausstehen, wo du aber dann eigentlich im Stadion reinstehst. Aber wo dann einfach die Kinder schuttern nachher auf den Wiesen und die Väter und die paar Mütter, die dort im Stadion sind, schnurren da einfach ins Amtstagabend rein. Und ich glaube, und da geht es schlussendlich. Das sind so wenige. Wir haben es ja jetzt im Winter durch eingeladen, es ist das, oder? Du gehst nachher noch in die Libero Bar und bleibst noch dort, den Event verlängern, aber auf eine natürliche Art. Du gehst zuerst das Spiel schauen, nachher geht man über das Spiel reden und trinkt noch ein Bier. So, so müsste es eigentlich sein. Aber alles andere, das Einzige, was sinnvoll ist, was ich mal gesehen habe, für den Pausunterhalt, das war in China. Bei Beijing One war das, glaube ich. Und die haben in der Pause vier kleine Fussballfelder aufgestellt, in jeder Ecke eins. Und dann sind die Junioren vom Verein gekommen, also die ganz Kleinen, in den Ecken vor den Fans haben sie dann so zwei gegen zwei Spiele gemacht, oder drei gegen drei, das weiss ich auch nicht mehr so genau. Und die haben natürlich mega Freude gehabt, weil sie im grossen Stadion shooten konnten. Und die Fans haben bei jedem Goal natürlich geübelt, und die Kinder haben mega Freude gehabt. Das ist schön, das kannst du zuschauen, die Kinder haben Freude, die Junioren vom Verein haben Freude, und es stört niemand, und es ist Fussball. Mach das, das ist okay. Und die Kinder häkeln noch die Gartenarbeiter. Die, die man nie weiss, was sie machen. Einfach den Rasen wieder herstellen. Irgendwelche, wahrscheinlich sind das auch Sicherheitsbeauftragte. Es gibt solche Sachen, ich weiss nicht, was die einmal machen. Die sehen immer so gelangwild aus, wenn sie sie hacken da im Boden, ins Gras in den Schlenk. Ich glaube, die machen einen richtigen Job. Die würden eigentlich am liebsten ein Bitte-nicht-Betreten-Schild aufstellen. Sie dürfen nicht. Wir sind jetzt mitten in einem Ost-Schweiz-Special von Sikora Gisler, sind schon am Ende unserer Fernsehzeit. Ich möchte aber auch noch über ein dunkles Kapitel über das dunkles Kapitel von Basti Walz reden. Ur-St. Galler. Das kommt leider nur noch mit, wenn ihr euch einen Podcast abonniert oder nachhört. Ihr findet ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Für das Fernsehpublikum sind wir das. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder.